Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von DINOREX. Heute spielen wir GTA 5 Online zusammen mit Minikiller. Hallo. Viel Spaß mit dem Video. So, ich fang jetzt erst mal an mit ein paar entspannten Missionen. Fun? Auto, Werkstatt und Schrott. Ach du ***. Ich habe kurz gedacht, okay, da kommt ein LKW Sch**te, aber dann habe ich gesehen, das ist du. Da habe ich voll nochmal reingezogen. Ja, merk schon. Kannst du mal bitte aufhören damit? Kuscheln nur gerne. Ja, aber ich kuschel nicht gerne mit dir. Warum ist vor allem dein Auto stärker als mein Abschlepper? Kannst du jetzt bitte aufhören? Ich möchte gerne auf der Straße fahren. Ach so. Ja, okay, dann. So, ich werde fest auf der Straße fahren. Ja, aber du bremst mich ab. So. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass dein Auto immer noch dran ist. Ja, ich auch. Irgendwas. Oh, das kann ja wirklich explodieren. Nein. Ich glaube, du warst zu nah dran. Das sieht so dumm aus aus meiner Perspektive, ne? Hey, mein Fahrzeug ist kaputt. Schaden musst du zahlen. Okay? Äh, nein. War aber nicht nett. Du hast aber schöne Sprünge. Das war aber nicht nett. Du hast dich zuerst gerammt, höll doch. Aua, ich kriege schossen. Hier, ist abgeschossen. Pass auf. Ja, halt sie auf. Okay. So können sie mich aber noch besser abschießen. Du bist echt nicht gut in deinem Job. Nein, man sehr NPCs, die mich einmal kurz weg haben, dann mein ganzes Bett über die Luft steuern ist immer so interessant. Der Einkommen hat dagegen, zack, mein ganzes Bett überfliegt. Hallo, hör auf damit. Könnte ich dich fast jetzt einholen sogar. Du hast mich eingeholt. Du bist sogar überholt. Aber dann mach ich selber halt einen Unfall. Okay, danke. Dann schau mal jetzt die Katzen an. Ja, ich seh's. Episch oder nicht? Also wirklich. Warum geht das nicht auch normal so? Weiß ich nicht. Warum weißt du es nicht? Warum? So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, liked und kommentiert, was wir als nächstes machen sollen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.